Am Wochenende ist es wieder soweit. Heute, am Sonntag, startet das nächste Event von RF4 für uns. Und zwar auf Steam geht es los, beziehungsweise auf Steam gab es die Bekanntmachung für das nächste Event. Da haben wir auch schon das Event. Also heute am 15.09. ab 14 Uhr. Ab 14 Uhr geht es los mit der Registrierung. Das heißt gleichzeitig, so ich sag mal spätestens um 13.30 Uhr mache ich den Livestream an, dass wir uns schön schon mal ein bisschen vorbereiten können. Und dass wir heute reingehen können in das Event. Und dann gehen wir da gemeinsam einfach durch. Es geht ans Nordmeer. Und zwar auf Doggerschabe, auf Steinboot und auf Lump. Das sollten wir doch hinkriegen, oder? Ob vom Land aus, das müssen wir mal gucken. Oder ob wir hier vom Boot aus das alles hinkriegen. Das werden wir sehen. Das testen wir vorher. Ich probiere jetzt schon mal ein wenig rum. Ich suche jetzt Doggerschabe, Steinboot und Lump. Ja, jetzt heißt es natürlich Köder testen, Köder testen, Köder testen, Position und Spots testen. Ich bin natürlich mal wieder hier auf einer der bekanntesten Sandbänke hier auf der 34. Aber ich denke auch hier auf der 41 könnte es ganz interessant werden. Vielleicht für dich jetzt schon mal der Ansporn, einfach schon mal anfangen zu testen und zu suchen. Damit wir hier in der Community natürlich auch ein bisschen rasieren können. Das wäre es doch, wenn wir hier schön alle drei Fischarten fangen können. Und das am besten natürlich auch noch in der richtigen Größe. Ja, aktuell in den Rekorden bei der Doggerschabe haben wir tatsächlich den Quicker mit drin, den ich auch gerade drauf habe. Den roten Lurker, aber eben auch der schwarze Schaumgummi. Also, das wären natürlich jetzt schon mal Möglichkeiten, da mit reinzugehen. Der Steinbutt dominiert komplett mit dem Quicker 4,5003. Das ist doch richtig eindeutig. Vielleicht nehmen wir auch tatsächlich hier den Bond 125-08 dann als Köder. Wir haben ja 48 Stunden Ingame-Zeit. Das heißt, da haben wir auch schon schön die Zeit, vielleicht erstmal auf die schwierigen Fische zu gehen. Sowas wie hier den großen Steinbutt. Ja, wenn der reingeht, haben wir doch, glaube ich, schon einiges gewonnen. Und dann geht es natürlich noch weiter auf den ollen Lump. Ja, und beim Lump möchte man fast sagen, ja, der beißt ja auf alles und immer. Aber auch tatsächlich zurzeit hier sehr aktiv auf dem gelben Natural Squid, der halt zurzeit richtig gut funktioniert, auch an den tiefen Löchern. Aber da wird eben auch ganz, ganz, ganz viel anderes noch drauf funktionieren und reingehen. Heißt also, gezielt am besten anfangen auf den Steinbutt. Das sieht sehr, sehr eindeutig aus. Und wenn wir da eine gute Größe haben, danach geht es weiter vielleicht auf die Doggerschabe, wenn sie nicht vielleicht schon nebenbei mit reingegangen ist. Ja, da müssen wir vielleicht ein bisschen umstellen auf rötlich oder vielleicht sogar auf den pinken Quicker immer noch. Und dann auf den Lump hoffen. Ja, ich habe das Setup nochmal zusammengebaut. Also passend jetzt für den Steinbutt. Hier jetzt den Bond genommen. Auf dem Bond habe ich hier den Haken nochmal vergrößert. Also vom 2-0er Original jetzt hier einen 4-0er drauf gemacht. Wir wollen ja hier auch große Brocken fangen. Und dann hier alles nochmal mit einer schwarzen Rassel. Unten im Colored Octopus auch nochmal in schwarz alles kombiniert. Und wir sind hier komplett schwarz. Oder hier unten habe ich dann nochmal den 4er drauf. So ein bisschen grau unterwegs. Also so sieht es aus. Und jetzt heißt es hier ab auf dem Steinbutt. Wir haben ja hier die Anzeige steiniger Untergrund. Und jetzt kommt hier direkt danach kommt Kies als Untergrund. Jetzt heißt es natürlich Stellen suchen, wo der Steinbutt sich aufhalten kann. Hier jetzt gerade auf der Sandbank sozusagen. Die natürlich auch verschiedene Untergründe beinhaltet. Jetzt müssen wir mal eben gucken, dass wir uns vielleicht nochmal auf diese steinige Fläche zurückbegeben. Und dann probieren wir hier nochmal schön auf Steinbutt. Vielleicht klappt es ja hier ganz gut. Hier kommt erstmal der sandige Untergrund. Ja, hier haben wir jetzt einen kleinen Bereich mit steinigem Untergrund. Das heißt direkt auswerfen und probieren. Und dann heißt es hoffen, dass wir hier schön den Steinbutt bekommen. Soviel zum kurzen Video oder zum Event. Also heute um 15 Uhr startet das Event. Ab 14 Uhr anmelden. Live mit dabei sein im Stream. Und dann geht es hier um diese drei Fischarten. Und es gibt natürlich auch noch ein bisschen was zu gewinnen. Der erste Platz bekommt 6.000 Silber, 14 Tage Premium und so weiter und so weiter. 5.000 Silber, 4.000, 3.000 und so weiter. Also oder eben Plätze 6 und 7, 5 Tage Premium, 8 und 10, 3 Tage Premium. Also Platz 1 bis 10 bekommt auf jeden Fall noch was ab. Soviel zum Event. Ich freue mich auf heute Nachmittag. Wir sehen uns im Livestream oder dann im nächsten Video. Bis dahin, Petri, bis zum nächsten Mal.